Am Samstag, den 23. Februar, waren die Rammsteiner Bruchkatzen mit Prinzessin Denise I. zu Gast beim ersten Karnevalverein Pirmasens. Präsident Karl Schütz begrüßte alle Gäste und stellte seine zwei Prinzessinnen, Katrin II. und Nele I. vor. Neben Präsident Jürgen Liesmeister mit unseren Bruchkatzen war auch das Gefolge von Prinzessin Tamara I. aus Altenklan mit am Start. Sitzungspräsident Heinrich Schaaf eröffnete die Brunkssitzung und losging es mit den kleinen Tanzmäuschen. Es folgte der Solo-Gesangsauftritt der Pirmasenser Tollität, Katrin II. Der erste Gardetanz des Abends wurde von den CVP-Wünschen präsentiert. Vizepräsident Norbert Framken stellte dem näherischen Publikum den Orden vom Karnevalverein Pirmasens der aktuellen Kampagne vor. Der erste Bruchkatzenauftritt wurde von unserem tanzmahrischen Eicher Brödel vorgetanzt. Viel zum Lachen gab es in der ausverkauften Festhalle bei der Büttenrede von Kedl Feiertag mit offen ehrlichen Fragen aus ihrer Handtasche. Gespielt wurde sie von Jutta Hinterberger aus Speyer. Mit musikalischer Begleitung von Julius Messemer wurde zwischendurch mal wieder fleißig geschunkelt. Mit einem Tanzduo zeigten sich Kinderprinzessin Nele Heiser und Angelina Kolb ihr tänzerisches Können. Der zweite Gardetanz an diesem Abend wurde von unseren grün-weißen Funken der Rammsteller Bruchkatzen übernommen. Ein weiterer Bühnenauftritt von uns Rammsteller wurde von dem musikalischen Holzlandsänger durchgefeiert. Nicht nur als Prinzessin, nicht nur als Gardemädchen, sondern auch als Büttenrednerin erwies sich Nele Heiser gegenüber der Narrenscham. Das Motto der aktuellen CVP-Session lautet Nachts im Museum. Passend dazu gab es eine tolle Darbietung der Gruppe von den Sugar Babes. Der nächste Gardetanz wurde wieder aus der Reihe des CV Pirmasens mit der Landgrafen Garde repräsentiert. Eine weitere Büttenrede wurde von Almut Seifs des Vollmarscher Männerchor aus Kaiserslautern abgehalten. Weiter ging es mit dem Schautanz der Rammsteller Bruchkatzen von der Bayerischen Senatsgarte. Der vierte Bruchkatzenauftritt der Rammsteiner gehörte Vizepräsident und Hofner Andreas Franz, der wie immer eine Bühnenreife bitterbiert. Fühlt sich Frau Merkel ausgebrannt und braucht bald ihren Ruhestand? Ich spreche es aus, ganz unverkönet. Ich hatte mich an sie gewöhnt. Wenn einer mal nicht richtig tickt, dann wird er in Pension geschickt. Ich fühle mich davon angeekelt. Das Ganze wird sich maßgeregelt. Mit tollen Kostümen präsentierte sich erneut die Landgrafen Garde, diesmal mit einem Schautanz. Auch im Pirmasens durfte sie nicht fehlen. Die Putzfrau aller Schenst mit ihren interessanten Geschichten aus dem Lebensalltag. Weißt du, wir sind ja auch nach uns. Gestalt hat rufen sich die Freie, die bläht gut, hat mich gefroht. Durst du dich unter Passieren? Und hast du dich an den Pferd gebraucht. Gespielt wurde sie von Heike Fürch, der Präsidentin des Karnevalvereins aus Zweibrücken. Mit aufwändiger Bühnendekoration und tierischen Verkleidungen präsentierten sich die Dancing Queens mit ihrem Schautanz. Zwar nochmal ich Satz dritten stand, dann könntest du einsatzhebenden auch wieder nicht. Zu später Stunde tauchte noch Bauer Sepp auf der Bühne auf. Aber lang hielt er es nicht alleine aus. Präsentiert wurde der Auftritt von Tobias Balz vom FC Felsenland. Das finale Highlight einer fünfstündigen, bunten, vielfältigen CVP-Punktsitzung wurde von den Rammsteiner Hofkader abgesungen. Schön war es bei euch hier beim CVP-Masens. Euch alle mit einem näherischen Endspurt. Pilau und Rallau. Bergze IRMES Erzählten Das nächste Heüss ist eine Heispfel Commerism. Dieregistrelicуди fik